Ja, mein Name ist Ruger Busch und ich arbeite für die WIBank als Förderberater und die WIBank, die Industrie- und Handelskammer, die Wirtschaftsförderung im Landkreis, die Handwerkskammer und das RKW bieten einmal im Monat im Landkreis, einmal in Korbach, zum anderen in Frankenberg, einen Sprechtag für Gründerinnen und Gründer als auch für Unternehmerinnen und Unternehmer an, um ein wenig dabei zu helfen, durch den Förderdschungel zu kommen. Wir versuchen Ihnen in so einem Sprechtag Wege aufzuzeigen, wie öffentliche Fördermittel von Ihnen eventuell beantragt werden können für das Vorhaben, was Sie planen. Kommen Sie rechtzeitig zu uns, nutzen Sie uns, fragen Sie uns. Wir versuchen im Rahmen unserer Kompetenz Ihnen weiterzuhelfen, dass das, was Sie vorhaben, auch funktionieren kann. Und wir freuen uns auf rege Besuche und Kontakte. Und ein Termin muss es nicht sein, es können auch über mehrere Termine gehen. Sie können mit wenig Ideen kommen, Sie können aber auch mit einem ausgearbeiteten Businessplan zu uns kommen. Wir versuchen, wie gesagt, Sie zu unterstützen bei dem, was Sie vorhaben, damit Ihr Projekt in Waldeck-Frankenberg auch gelingt.